Studio Blockmasters 2017 Interview mit Moritz Hans und Simon Unger Moin, willkommen im Hauptstadtstudio. Stell dir schon mal kurz vor, damit auch die Zuschauer nachher im Livestream wissen, wer ihr denn seid. Und hoffentlich seid ihr auch noch dabei. Ja, fange ich an? Ja, fange ich an. Ich bin Moritz Hans, komme aus Stuttgart, bin jetzt 21 Jahre alt und war heute dabei beim Blockmaster. Genau. Yeah, yeah. Ich bin der Simon, komme aus Augsburg. Warte mal, was? Ah, der Tonmann, der Tonmann. Nein, Frank Tonmann. Also ich bin der Simon, bin 25 Jahre alt, komme aus Augsburg und bin heute hier zum zweiten Mal da. Genau. Ja, wie hat es dir letztes Jahr gefallen? Du warst letztes Jahr überragend stark gewesen. Ja, ne doch, also im Vergleich zum letzten Jahr, oder was wolltest du wissen? Wie es letztes Jahr war oder wie es dieses Jahr war? Es ist schon spät, also für alle, die das nicht wissen, wir haben schon knapp sieben Uhr und die Freibierparty fängt auch gleich an. Ja. Ähm. Ich wollte einfach nur wissen... Also ich fand's heute super. Ja, genau. Das wollte ich wissen. Also auch großes Kompliment an die Rotenschraube, die haben wieder einiges an die Wand gezaubert. Und ne, also ich bin voll begeistert und freue mich auf morgen. Und bei dir? Simon hat eigentlich schon alles gesagt. Nein, ne, es war eine super Veranstaltung, genauso wie letztes Jahr. Ähm. Boulder haben mir ziemlich gut gefallen. Auch der Modus eigentlich, dass man dieses Jahr 20 Boulder machen musste. Ähm. Ja, war cool. Musste man doch letztes Jahr auch, oder? Sicher? Ich dachte 8. Ne, ich dachte auch 20. Aber das macht ja nix. Vielleicht warst du auch woanders. Ja, war super. War super. War schön. War schön. War super. Ja, ähm. Ihr seid glaube ich beide in den Semifinals morgen zu sehen. Lauter Rangliste. Ja. Im Moment sieht's ganz gut aus bei euch. Ja, sieht's ganz gut aus. Ja. Ähm. Was sind eure Ziele heute? Oder beziehungsweise dann morgen? Heute sind die Ziele. Ja. Ha. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. Ne, morgen. Ich weiß nicht. Das Ziel war Halbfinale deshalb. Ja. Ziel erreicht. Alles was jetzt noch kommt ist Bonus. Zugabe. Genau. So schaut's aus. Also morgen einfach genießen, dass man dabei sein kann. Und dann einfach alles geben und schauen wo man am Schluss landet. Wie schätzt ihr das Teilnehmerfeld so ein? Wir haben über, ich hab jetzt gehört glaube ich über 450 Athleten die mitgemacht haben. Ja. Ähm. Wie schätzt ihr das so ein? Ich würde das Teilnehmerfeld so einschätzen wie ein Weltcup eigentlich. Ja. Die ganzen Top-Leute sind am Start. Es fehlen ein paar Nationen wie zum Beispiel das japanische Team ist nicht da. Ja. Was wahrscheinlich nochmal fünf Plätze ausmacht. Das stimmt. Ja. Aber ansonsten. Steigen die Chancen. Ja. War gut, dass sie nicht da waren. Das ist wahr. Ja. Ansonsten. Ja wirklich wie ein Weltcup. Unglaublich wer alles da ist. Ja. Ne. Also ich kann mich da Moritz noch anschließen. Super starkes Teilnehmerfeld. Und ja. Wie gesagt die Japaner fehlen. Aber ansonsten sind glaube ich einige starke die auch im Weltcup teilnehmen am Start. Im Moment ist ja auch das Thema Olympia 2020 so ein bisschen im Fokus. Und ihr seid ja sozusagen fast die goldene Generation. Vielleicht seid ihr dann schon in eurem Kletterruhestand. Aber ähm. Ich meine anpeilen kann man es. Was habt ihr damit vor? Wie geht ihr damit um? Das beantwortest du Simon. Also. Ja bei Moritz schaut es gleich ganz gut aus. Aber bei mir. Ich bin ja schon einer der älteren. Deswegen. Also bei mir schau. Weiß ich noch nicht. Aber bei Moritz glaube ich das könnte schon was werden. Ja Moritz erzähl doch mal. Ja Olympia ist schon ein Ziel. Klar. Ich glaube für jeden Sportler ein Ziel. Ähm. Ich weiß nicht. Es ist ja noch viel unsicher und unklar wie es mal werden soll. Und deshalb mache ich mir da jetzt noch nicht zu viele Gedanken. Aber natürlich Olympia wäre unglaublich. Was hältst du von dem 4 Minuten System von dem neuen? Wir haben ja 4 Minuten plus abgeschafft. Und ähm. Auch hier. Die letzte Woche im Quiff. Ähm. Gibt es jetzt 4 Minuten? Nee. Ja scheiße. Nee. Gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Macht eigentlich so ein Finale aus. Bringt nochmal deutlich mehr Schwung. Ja. Schwung rein und Spannung. Und. Gerade wenn man die WM in Paris anschaut. Was da in den letzten Minuten nochmal passiert ist. Oder in der Zusatzzeit. Dann. Ohne die wäre der Wettkampf einfach langweilig gewesen. Und deshalb. Finde ich es schade. Habt ihr hier irgendeinen favorisierten Boulder gehabt. Den ihr längere Zeit projektiert habt? Uh. Ich fand ehrlich gesagt die Platte die ich nicht hinbekommen hab ziemlich cool. Ähm. Hinten im Gang. Keine Ahnung welche Nummer. Ähm. Fand ich ziemlich cool. Waren coole Bewegungen. Und. Ja hätte ich gerne hinbekommen. Aber. Hat ja leider nicht geklappt. Ich weiß jetzt grad gar nicht was war mein Favorit. Ähm. Was hab ich denn noch. Habt ihr noch einen Favoriten. Den. Ähm. Auf jeden Fall auf dem Treppchen sehen werden. Oder seht ihr euch da eher selbst? Ne. Also ich seh auf jeden Fall einen Simon auf dem Treppchen. Das ist klar. Ne. Ist einfach der stärkste Typ. Ich glaub. Der Moritz verteidigt seinen dritten Platz. Genau. Er vorjahres Finalist ne. Ja genau. Klar. Auf jeden Fall wieder. Ja. Es ist auf jeden Fall. Der Maßstab. Die Erwartungen sind hoch. Ja. Sehr. Sehr. Ähm. Ich hab ja schon von Udo gehört. Also alles unter dem dritten Platz ist eine herbe Enttäuschung. Ja. Wäre schön wenn es nochmal klappt. Klar. Aber ich glaub ehrlich gesagt nicht so dran. Aber ich werd mein Bestes geben. Deshalb. Ja. Auf jeden Fall. Ich setz auf jeden Fall. Ähm. Jung und John aufs Treppchen. Ja. Auf jeden Fall. Der klettert einfach unglaublich. Ansonsten. Weiß nicht. Es sind auch einige Russen dabei. Da könnt schon auch einer aufs Treppchen klettern. Ja. Ansonsten. Der Jan kann auch auf jeden Fall aufs Treppchen klettern. Da bin ich überzeugt davon. Was bei den Mädels? Bei den Mädels. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Janja ist ja diesmal wieder dabei. Also das ist glaub ich heißer Favorit. Auf jeden Fall. Ja. Ich hab die ein paar Bohlen gesehen. Das war unglaublich. Ach du Scheiße. Das war. War eine Ansage. Ja. Auf jeden Fall. Ansonsten. Ich weiß gar nicht. Wer ist denn dabei von den Mädels? Ähm. Die Fanny ist dabei. Die Fanny. Ach ja. Dann noch äh. Natürlich unsere deutschen Mädels. Wie ne Moni. Oder ne Jule. Die ist jetzt ja auch mal ganz vorne. Ja. Ja. Verlierer. Aber eigentlich gewinnst du die Herzen unserer Zuschauer. Na dann. Hall oder Fels? Ähm. Fels. Dynamisches Geballer oder Plattenschleichen? Dynamisches Geballer. Ganz eindeutig. Die Blockmaster-Sieger 2017 heißen? Äh. Tong Wong und... Janja. Mein Lieblings-Boulder-Gebiet? Ähm. Rocklands. Olympia 2020 ist für den Klettersport? Äh. Ich hoffe gut. Trump oder Obama? Bitte? Trump oder Obama? Politisch. Jetzt auch noch politisch. Obauer natürlich. War ne Frage von Marc. Die wollte unbedingt dir stellen. Ich danke euch beiden. Und wir sehen uns gleich beim Bier. Und hoffentlich morgen im Finale. Sehr schön. Danke.